Das sind die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den Liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, also heute ist Mittwoch, wir haben noch Herbstferien, die Kinder sind zu Hause, die spielen im Wohnzimmer, wir haben gerade gefrühstückt. Ja, die Mama ist im Badezimmer, sie tut gerade ihre Haare trocknen, mit den Filmen. So, und jetzt gehen wir mal kurz zur Mama ins Badezimmer und mal schauen, wie ihre Haare aussieht. Und Mama, wurde alles gebläht? Ja, es sieht aus wie ein Zapp, wie sagt man, als hätte ich eine Steckdose gekriegt. Wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Wie ein Löwe. Soll ich deine Haare aufgläten? Mein Bart. Ja. Auf jeden Fall machen wir uns gerade fertig. Wir wollen doch zur Makia, oder? Ich hätte so gerne... Na, das ist wieder Geld ausgeben. Ja, aber wir brauchen eine Kommode. Wisst ihr Leute, schaut mal. Ihr wisst ja, wir haben ja den Schrank, und da haben wir so eine leere Ecke. In diesem Ding da. Ja, ja. In unserem Schlafzimmer. In unserem Schlafzimmer. Das musst du dein Herz zeigen. In dem Schlafzimmer. Die Ecke. Und da war ja früher das Babybett. Und das haben wir ja jetzt weggegeben, weil wir brauchen es nicht, wir haben ein Familienbett. Ja. Und da war halt meine Überlegung, weil für diese eine kleine Kommode, wo unser Fernseher draufsteht, das geht sich nie im Leben aus für Luisas Klamotten und die Klamotten des Babys. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen gewaschen, die wir natürlich von den anderen Mädels genommen, die so unisex waren, und selbst die kriege ich nicht mal eine gescheit rein. So, bevor wir losziehen, Mr. Papa. Da schläft ein wenig. Die Luisa spielt da in dieser Kiste. Eigentlich habe ich das für den Piff fertig gemacht. Spielt der Piff mit Puppen, oder? Nein, er wollte da drin schlafen. Der Piff, der spielst du mit Puppen. Also da passt eine Kommode, der 1,30 Meter, nein, 1,27 Meter. Okay. Und die Breite wäre dann... Das ist die Tiefe, Schatzi. Die Breite, aber hast du gerade gemessen. 70, was ist das? 50. Also in 60 bleibt mir da reinpassen. Diese Kommode ist nämlich viel zu klein. Hier sind die Sachen vom Baby drin, und das ist ja noch nichts. Also ich habe nur Windeln hier drin, und ein paar Klamotten, und das reicht ja überhaupt nicht. Und... Finger weg! Die Luisa hat hier eine ganze Schublade. Aber das ist auch alles richtig reingestopft. Und das war's. Unten sind dann so nochmal Windeln von der Luisa. Oh, Windeln von der Luisa. Das muss man nachfüllen. Ja. Die Luisa kommt mit uns mit. Und... Die anderen Mäuse bleiben zu Hause, weil die zocken gerade Nintendo Switch, und die wollen nicht mitgehen. Deswegen bleiben die zu Hause. Also, hier ist Michelle und Lara. Und wo ist der Patrick? Patrick ist jetzt gleich kurz in der Küche. Auf jeden Fall, die Großen wollen nicht mit. Die Lara will auch nehmen, weil die bleibt lieber gerne zu Hause mit den Großen und Spieltagen. Und deswegen gehen nur wir drei. Genau. Wir haben drei Pakete zur Post zu bringen. Genau. Ein paar von euren Bestellungen müssen wir jetzt zur Post bringen, weil bei meinem Online-Shop kann man jetzt auswählen, ob man Postlieferung möchte oder DPD. Und deswegen haben wir ein paar für die Post. Und DPD wurde heute schon geholt. Also, und ganz, ganz wichtig, wir haben in unserem Online-Shop auf alle Planer To-Do-Listen. Nein, nicht To-Do-Listen. Planer nicht. Planer kommt erst raus. Genau. Nur To-Do-Listen. Minus 50 Prozent. Krass, oder? Das schaut vorbei. Und bei den Büttesachen auch noch 20 Prozent. Und ja, Schmuckstücke und so. Die muss ich eh mal herzeigen. Das ist zum Beispiel ein Ding, was wir im Online-Shop haben. Ja. Da wollen wir so noch so einen Herbst-Gutschein-Code rausbringen. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wo die Flaschen sind. Eigentlich wäre das jetzt zum Filmen gewesen. Schaut euch an, ob es ein Papa gemacht hat. Ihm sind die leer mit Flaschen. Aus der Hand gefallen. Achso, das ist gerissen. Weißt du, warum? Na, weil es im Regen stand, Schatzi, oder? Ist das wurscht? Na, das Papier muss natürlich wetterbeständig sein, oder? Mist. Was kostet eine neun Cent, oder? Neun Cent, aber wer putzt, ich weiß jetzt. Weiß ich nicht. Wir können es aber auch so stehen lassen. Fahr mal mit dem Auto drüber. Ja. Luisa, geh raus von da. Nicht auf den Glas. Komm zurück. Ich sag's, der Papa macht mich zeitweise fertig. Woher hast du diese coole Schaufel gefunden? Das passt schon so. Das ist von den Kindern, oder? Hast du keine? Ich finde den anderen nicht. Jetzt auf der Schnelle. Aha. Schau mal. Bringen wir das dann gleich jetzt zum Altglas? Ich glaube, das wäre ja von Vorteil, oder? Ja. Jetzt müssen wir unser Altglas-Sammel-Behältnis. So, ich sitze jetzt schon im Auto. Der Papa kommt auch gleich. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß... Ich habe mal ein Auto. Ja, mein Schatz. Wer mir auf Instagram folgt... Ich habe einen Zug, Mama. Was? Ich habe einen Zug? Nein, das war ein Lastwagen. Die Luisa ist immer so in letzter Zeit, wenn ich spreche, auch egal ob es mein Papa ist, oder so, dann unterbricht sie mich immer. Ich möchte unbedingt, dass ich mit ihr rede. Ja, mein Schatz. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wer mir auf Instagram folgt, der weiß Bescheid, dass ich diese Woche Instagram-Story-Pause habe, weil ich mich komplett fokussiert auf das Design vom Planer fokussieren wollte. Oder will. Aber heute brauche ich ein bisschen raus. Frische Luft. Heute ist es auch wirklich schön. Die ganzen Tage bis jetzt war es nicht so schön. Es ist schon grau in grau. Und heute werden wir wahrscheinlich auch ein Q&A-Video drehen. Deswegen habe ich mich ein bisschen geschminkt. Ich bin mir schon seit Monaten lang wahrscheinlich nicht mehr geschminkt. Normalerweise rennst du herum wie? Ja, das weiß ich nicht. Wie ein Hühnchen. Hühnchen. Ich weiß nicht, in der Schwangerschaft mit dem Buben jetzt, also das erinnert mich so total an die Schwangerschaft mit dem Patrick. Da habe ich mich auch nie geschminkt, hatte keinen Bock mir die Augenbrauen zu zupfen. So. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Und bei den Mädels bin ich immer voll super gestylt herumgelaufen. Bei der Michelle bin ich sogar mit High Heels herumgelaufen. Weißt du noch? Urspät sogar bis zum fünften Monat. Darüber hinaus. Bis ich es konnte. So. Ja, wenn ich mir dann so alte Vlogs anschaue, von der Schwangerschaft mit der Luisa bin ich eigentlich auch fast immer geschminkt. Und ja, top gestylt. Haare immer fresh und jetzt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich was mit dem Buben-Mädchen-Schwangerschaft zu tun hat. Aber ich erkenne wirklich krasse, krasse Ähnlichkeiten in den Schwangerschaften. So. Auf jeden Fall voll schön. Wir müssen heute unbedingt vielleicht so ein schönes. Sollen wir das gleich jetzt machen? Was? Ein Foto machen. Heute ist so schön. Und wir haben so eine schöne Gegend hier. Schaut mal. Schaut mal mal schön hier. Herbst. Kommt durch. Und alles so. Sollen wir das jetzt machen? Oder macht mit mir jetzt? Jetzt noch ein schönes Auto. So. Wir sind jetzt beim Merkur angekommen. Das ist so ein großer Supermarkt bei uns in Österreich. Der Bauer bringt jetzt nämlich schnell das Leergut weg. Hier ist er. Und holt einen Wagen. Ich bleibe jetzt kurz im Auto, weil die Luisa ist eingeschlafen. Der Bauer muss nämlich das Leergut wegbringen und mir ein Brot kaufen, weil ich Hunger habe. Also so eine... Gibt es das bei euch auch in Deutschland wahrscheinlich, oder? Bei uns gibt es so eine Feinkost, heißt das. Also das ist so mitten im Supermarkt. Da kann man sich so Brote machen lassen. Also so Semmeln. Gesundheit. Semmeln. Also so Brötchen mit Wurst und Käse und was man gerne möchte. Und der Bauer muss mir da zwei Brötchen machen, mit seinen Semmeln. Das ist schön. 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 So schön. So schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, die Brote haben wir jetzt im Auto verbotzt. Jetzt sind wir noch beim IKEA. Papa führt heute seine schicke Brille aus. Aber du musst noch das über das Näschen... Ich kann einen Beklagen, dann schau. Bitte? Nein, du musst erst die Maske und dann die Brille drüber. Wie? Nein, du musst erst zusammenklemmen. So, wir sind jetzt hier in der richtigen Abteilung angekommen. Das ist eh unsere, oder? Wir haben ja nicht die lackierte genommen. Das ist unsere Kommode, die wir zu Hause haben. Die ist zwar günstig, schau mal, schau mal, schau mal, auf 100 Euro. Wie? 120 Euro. Nordli. Ja, Nordli ist eigentlich eine gute... Ich mag auch die Systeme, also, dass da so rein flutscht. Ja, so Dämper. Dämper, ja. Malm ist schon günstig, aber... Aber nicht gut gemacht. Wo ist das? Da drüben gibt es auch noch schmälere Malm. Das ist gar nicht so einfach. No? So eine Kommode zu finden. Let's go. Let's go, baby. Wir könnten da so einen Hohen nehmen. Ne? Aber das Problem ist, was machen wir mit den Kleinen? Was bricht da rein? Dann hast du wieder so eine Ramschlade, weil jeder hat so eine Ramschlade. Und wir haben sogar zwei davon. So, wir haben uns jetzt für die... Hemmnis entschieden. Also, wir haben uns jetzt für die Kommode entschieden, die wir schon zu Hause haben. Diese eine, die ich euch heute gezeigt habe. Da werden wir das einfach so machen. Die ist 108 breit. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Ist ja aber auch super. Da kann ich meinen Bügeltisch oder so reinstellen. Und da werden wir eine Kommode fürs Baby und eine Kommode komplett für Luisa nutzen. Papa, Mama. Der Papa geht nachfragen, weil wir sind jetzt hier, wo angeschrieben stand, dass es da sein sollte. Und es ist leer. Ha? Was? Ich hoffe, die ist nicht ausverkauft. Das wäre halt mega doof, aber... Ich mache so ein Angebot sogar nicht. Oh no. Und es gibt Schläfer. Schläfer-Schwierigkeiten. Ja, Schläfer-Schwierigkeiten. Scheiße. Wenn das normal kommt, dann wissen wir halt nicht. Oh no. Aber wir können natürlich mal andere von uns fragen, ob das dort auch ein Angebot ist, so wie hier. Ja, mache ich es jetzt mal? Machst du oder ich? Ja, kann ich mal. Ich rufe jetzt bei anderen Ikea an und hier wird es schon... Ich hoffe, dass es kein Copyright gibt auf dem Ikea muss. Ich und die kleinen Luisa gönnen uns eine Fahrt. Ja, ich rufe jetzt bei anderen Ikea. Siehst, ein paar Leute schauen schon ein bisschen doof. Vielleicht ist es wegen meiner Pullover-Farbe. Bestimmt. Yay! Wir haben uns jetzt auf jeden Fall entschieden, eine größere Kommode zu kaufen, weil hier ist die Kommode teurer. Also beim anderen Ikea wäre sie 30 Euro billiger gewesen und wir legen jetzt nochmal 50 Euro drauf und kaufen uns eine höhere Kommode. Haben wir uns jetzt kurzfristig entschieden. 37,09. Ja! Es gibt sogar drei Pakete, musst du dann nehmen. Alltag, Schwede. Alltag, Schwede. Ikea, Schwede. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ist schon ein bisschen länger. Wir haben nämlich jetzt was gegessen. Sind wir zu Hause angekommen, sind aber mit den Kindern was gegessen und jetzt ist es eigentlich schon dunkel draußen. Das ist die Kommode, die wir gekauft haben. Die hat sogar drei Pakete, aber die werden wir heute nicht mehr aufbauen. Nein, bin kaputt. Weil wir wollen jetzt noch ein Q&A-Video drehen und das werden wir jetzt gleich machen. Deswegen sind die Kinder jetzt alle unten im Untergeschoss, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Ja. Aber das bauen wir morgen zusammen. Das bauen wir morgen auf. Wir zeigen sie euch dann, wenn sie fertig aufgebaut ist. Es ist ja eh, das habt ihr ihr gesehen im Vlog, es ist ja diese Kommode hier, Hemnes, halt groß, stockiger. Zwei Schubladen höher. Genau. Und da kann ich dann auch die besten Sachen verstauen. Da freue ich mich schon drauf. Dann kriegt das Baby ähnlich ein Bett. Also sie kann da oben drauf schlafen. Ich glaube, das werden wir dann hier wegschaffen müssen. Ist das das Baby-Bett? Das ist unser Baby, ja. Unser Baby, la 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 la. Ja. Und nachdem die Kommode dann steht, dann kann ich dann endlich ein paar Sachen fürs Baby einkaufen. Und da werde ich euch natürlich entweder... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich richtig shoppen gehen werde. Sondern online shoppen werde. Deswegen werde ich so ein Haul dann reden und euch die Sachen zeigen. Weil, erstens, solange wir herumgehen, boah, habe ich überhaupt keine Kraft dazu. Schön, dass wir ernst bleiben hier. Und zweitens habe ich die Power nicht so lange. Und mit Maske herumzulaufen. Mama, schauen wir mal. Wie geht's? Mit hier kann man gar nicht ernst bleiben. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal schnell unser Q&A-Video drehen. Kommt das vor dem Vlog, Papa? Äh, nach dem Vlog. Nach dem Vlog, okay. Oder? Ja. Machen wir Testschüss und danach Testschüss. Okay, das heißt, schaut dann beim nächsten Video vorbei. So, wir drehen jetzt das Q&A mit meinem Leben. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Achso, das war jetzt ein Teil von deinem Vlog jetzt? Ja. Achso, natürlich. Bis dann. Bis später. So, ihr Lieben, wir haben jetzt unser Video gedreht. Papa ist schon ganz müde. Q&A ist abgedreht und ich werde mich jetzt abschminken gehen, weil ich habe mich extra fürs Q&A-Video heute gedreht. Schaut mal, wie lieb. Der Patrick spielt. Spielst du mit dem Patrick? Die Emi will raus. Na komm, Emi. Witz. Ich habe das nämlich von Estée Lauder. Schon könnt ihr euch so gerne da drin sehen. Ich habe hier nämlich dieses Ding von meiner Freundin bekommen. Das ist so geil. Das ist zum Abschminken. Das ist so eine Paste. Heißt das Paste? Ja, das ist ein Balm. Das ist wie ein Balsam. Reinigungs-Balsam. Und ich habe jetzt keine Lashes mehr. Ich habe hier noch ein paar, aber die lassen sich rauswachsen. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock mehr. Und das ist voll cool. Da fährt man dann mit dem Finger so rein. Das ist so wie ein Wachs. Und dann kann man sich so abschminken. Das brennt dann noch gar nicht im Auge oder so. Kann man das aber auch aufmachen. Das ist wie so ein Öl. So ein Abschmink-Öl. Voll cool. Man schaut natürlich dann voll toll aus. Aber es ist richtig toll zum Abschminken. Und das Coole ist, es brennt nicht im Auge. Also es ist richtig dafür gedacht. Und somit kriegt ihr wirklich alle Rest raus. Meine Haare hätte ich noch wegmachen müssen. So. Die sieht sicher super frisch aus. Ganz hübsch. So. Der riecht auch so gut. Ich nehme da jetzt noch so ein bisschen. Fürs Gesicht. Wo ich so Make-up genommen habe. So. Und jetzt. Mit dem nassen Mikrofasertuch. Nehme ich jetzt das Ganze aus dem Gesicht. Und jetzt werde ich noch mit meinem Lumi mein Gesicht reinigen. Ich habe jetzt in der Schwangerschaft eine eher trockene Haut bekommen. Ich bin ja normalerweise der normale bis Mischhauttyp. Und deswegen habe ich mir jetzt so einen Cleanser für trockene Haut bestellt. Für mich und für Papa. Weil der Lumi, der ist so cool. Man kann ihn ja nämlich, man kann ihn ja nämlich, man kann den Kopf auch zu zweit nutzen. Weil er antibakteriell ist. Das heißt, da sind so Silberfäden drauf. Und da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Könnt ihr ihn auch mit eurem Partner oder so teilen. Und ich habe das für mich halt jetzt genommen. Weil, ja. Ich merke halt richtig, dass durch die hormonelle Umstellung meine Haut immer so trocken ist hier im Wangenbereich. Und, ja. Jetzt habe ich halt diesen neuen Cleanser. Ich werde jetzt auf jeden Fall in zwei Minuten mein Gesicht damit reinigen. Ich finde, der Lumi, der entfernt nochmal so richtig Restchen aus dem, durch die Vibration, aus den Poren nochmal den Dreck. Wenn ich da so drüber wische, da ist sogar noch ein bisschen so was wie Make-up. Ja. Also der Lumi ist auf jeden Fall ein richtig Top-Gerät. Würde ich nicht mehr missen wollen in meiner Hautpflege. Gibt es nichts Besseres. Ganz ehrlich, kein Gerät. Das ist auch immer auf Platz 1 in den ganzen Beauty-Magazinen als das beste Gerät. So. Ich bin fertig. Na gut, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mein Gesicht mit dem Toner. Ich habe da jetzt so einen Toner. Das ist ganz wichtig, aus dem man das Gesicht gereinigt hat. Ich nehme dann jetzt den von Papa immer. Weil der ist für trockene Haut. Und ich habe ja jetzt diese trockene Haut. Und deswegen nehme ich dann den von Papa. Der Toner verschließt nämlich nochmal die Pore nach der Reinigung. Und hilft der Pflege. Also hilft der Haut die Pflege besser aufzunehmen. Ich habe auf jeden Fall hier meine Nachtcreme für normale bis Mischhaut. Die ist super ergiebig. Also die ist so, finde ich, frittig würde ich nicht sagen. Aber die ist super reichhaltig. Deswegen nehme ich die total gerne für den Abend und für den Tag teile ich mir dann die hier mit dem Papa. Die ist für ältere Haut oder für sehr trockene Haut. Und für die Nacht wollte ich trotzdem diese hier. Ja. Und fertig bin ich. Bei dem Spiel fertig. Ich werde mich jetzt hier auch gleichzeitig vom Vlog verabschieden. Und werde jetzt mir mein Pyjama anziehen und mir mit den Kiddies gemütlich machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch beim Q&A vorbei. Der Papa möchte das dann als nächstes nach diesem Video raushauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dann. Musik 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 Musik